Oh. Was? 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 Das ist eine geile Musik. Oh, die Musik liebe ich, ja. Was? Oh, was ist das für ein Drecksgegner? Also, der kann sich... Erstmal hat er ein Schutzschild. Traumhaft ist das. Also, ein Schutzschild. Der kann sich vervierfachen. Was kann der noch? Getroffen. Haha. Oh, ich kann also irgendwie da auch durchschießen. Äh, so. Ah. Jetzt kommt er wieder. Getroffen. Was? Ich hab den jetzt schon voll auf meinem geilen Netzschuss getroffen. Der hat immer noch so viel Leben. Aber ich hab auch noch volles Leben. Oh, schön. Ey, jetzt komm doch mal runter und mach mal einen Mann-gegen-Mann-Kampf mit. So ein Schutzschild kann man dich doch gar nicht treffen. Machen wir's mal so. Füllen wir mal unsere Netzpatronen mal wieder auf. Ha. Ja, genau. Schwedm hinterher. Oh, er lässt sich treffen. Hä. Hä. Mal. Aua, das hat ja voll erwischt. Ein nach dem anderen. Boah, die Musik ist ja geil. Oh, oh, bam, bam, bam. Oh, yeah, man. Och, das ist aber langweilig irgendwie. Aber es ist geil. Und ich würde es interessieren, ob der noch was anderes machen kann. Oh, oh, Rino. Alter. Was? Was zum Teufel war das? Der kann sich in mich verwandeln und mich einfangen? Boah. Was ist das? Äh, hallo? Stirb einfach. Was ist denn? Was ist das für ein Gegner? Kann der sich auch regenerieren? Das wäre ja ziemlich beschissen. Und ist der nur schwarz? Wenn ich schwarz bin, das wäre mal eine Sache, wenn man mal hinterher gehen würde. Sollte. Wir laden uns erstmal auf. Wir haben ja. Der Typ langweilt hier uns eh ein bisschen. Jetzt kommt er wieder. Aber wenigstens vervierfach. Das ist spannender, als wenn er sich einfach vervierfacht. Muss ich zugeben. War, war, war. Uh. Aua. Ah. Es brennt. Oh, wöp und. Aua. Oh, komm schon, Mysterio. Du, ah. Ich möchte dich jetzt endlich fertig machen. Nein, nein. Bleib mir vom Leib, du. Fetter Wichser. Aber ich glaube, ich wäre schon tausendmal tot, wenn ich diesen geilen Anzug hier nicht hätte. Danke, Symbiote-Suit. Das ist unglaublich. Symbiote, sind das nicht Zweierwesen eigentlich? So, Amphibien in der Art? Oder so? Oder schmerze ich da jetzt was? Ach, Mann. Ich wollte da hoch. Getroffen. Schon wieder getroffen. Triff doch, bitte, 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 bitte. Oh, fuck. Aber irgendwie... Mich würde es mal interessieren, ob ich den ohne Anzug auch so kaputt schießen könnte, wie ich es gerade tue. Wie einfach müssen dann bitte die anderen Gegner erst sein? Die können ja nur... Oh, fuck. Oh, dang. Ich habe keinen Netz-Muni mehr. Nein. Oh, Gott. Jetzt kann ich die nicht mehr abschießen. Ja. Wie geil. Okay. Also, ähm... Chrome Dome. Irgendwas. Sieht so aus, als wäre da nur noch einer von dir. Was ist los? Ähm... Bist du... Bist du aus dem... Hast du keinen Peenpuder mehr? Also, so Zauberpuder. Du denkst, du hast mich besiegt, Spider-Man. Denk nochmal nach! Okay. Jetzt bin ich hier, äh... Und halte deinen dreckigen Anzug hoch. Sollte ich jetzt verstanden haben, äh... Ich hätte verstanden haben sollen, dass du einen Fluchtplan hast. Ähm... Oh nein. Mein Spinnensinn dreht gerade völlig durch. Ich muss mich... Bäm! Ähm... Epische Explosion. So, und ein weiteres Mal hat es Mysterio geschafft, mir zu entfliehen. Irgendwie. Tja, ich hab's gut. Vielleicht, äh... Stellt sich irgendein eines Tages heraus. Hey, Peter, danke, dass du dir daran gedacht hast, mir ein, ähm... Fischglas mitzubringen. Das ist der Kopf von dem. Glaube ich. Und der hat ein blaues Auge. Und Mary Jane hat dicker Titten. Und rote Haare. Und irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus. Aber egal. Äh... Also, Mary Jane, du würdest... Äh... Mary Jane, du würdest nie denken, was ich alles durchgemacht hab, um es zu bekommen. Süß. The end! Again. Leute, das war... Let's Play Mysterious Menace. Spider-Man Mysterious Menace. Bei Java Heizung LP. Da sieht man die Programmierer zusammen mit dem Hintergrund. Das ist cool. Das ist cool gemacht. Doch, das mag ich. Ich hab keine Idee. Aber das war nicht meine Frage. Cool. Ja, man. Spidey rockt. Das hat richtig Bock gemacht, dieses Spiel mal wieder zu spielen. Das hab ich so lange nicht mehr gespielt. Special Things. Oh, yeah, man. Spider-Man, du. Typ, ich glaub, das ist das Bild, was auch auf dem... Cover drauf ist. Mit großer Kraft und große Verantwortung. Das hat der Vater zu ihm gesagt. Yes! Gut, dann würde ich sagen, war's das mit Let's Play Spider-Man Mysterious Menace und wir sehen uns im nächsten Let's Play von Java Heizung LP. Oder ihr guckt einfach unsere alten. Wahrscheinlich gibt es demnächst ein paar neue Teile von Crysis. Ansonsten mal sehen. Tschau Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns.